Der Export wildgefangener Elefanten aus Afrika wird weitgehend verboten. Das haben die mehr als 180 Vertragsstaaten bei der Konferenz zum Washingtoner Artenschutzabkommen vereinbart. Es wurde hitzig debattiert, bevor die Neuregelung beschlossen wurde, die insbesondere Zoos betrifft. Mit afrikanischen Elefanten soll künftig nur dann noch Handel getrieben werden, wenn dies ihrem Erhalt in freier Wildbahn dient. Damit ist Schluss mit der Praxis, in Afrikas Wildnis gefangene Dickhäuter an Zoos und Vergnügungsparks in aller Welt zu verkaufen. Die EU baute in den Beslusstext aber ein Schlupfloch ein. Afrikanische Elefanten sollen demnach in ihren angestammten Lebensräumen bleiben, außer unter außergewöhnlichen Umständen, in denen ein Export der Tiere so wörtlich nachweisbaren Nutzen für den Schutz von afrikanischen Elefanten vor Ort bringe. Zimbabwe hatte vergeblich versucht, die Entscheidung zu blockieren. Das südafrikanische Land hat nach Angaben einer Tierschutzorganisation seit 2012 mehr als 100 Baby-Elefanten an chinesische Zoos verkauft.